Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Programmheftvorstellung in der Programmheftwoche. Heute geht es mal um das Programmheft der Kalmaispiele Bad Dickebeck 2006. In diesem Jahr wurde nämlich Winnetou 3 gespielt, Inszenierung Norbert Schulze Jr. frei nach Kalmai. Und wie bei jeder Programmheftvorstellung bisher in der Programmheftwoche, schauen wir uns erstmal den Aufkleber an. Hier sehen wir Golko Mitic, Volker Brandt, Alexandra Kamp und Winfried Glatzeder. Gespielt wurde vom 1. Juli bis 10. September 2006. Und ja, so sieht der Aufkleber aus, könnt ihr euch kurz anschauen. Und dann legen wir jetzt auch schon direkt mit dem Programmheft aus der Saison 2006 los. Und ja, hier sehen wir erstmal das Plakat. Winnetou 3, Golko Mitic, Volker Brandt, Alexandra Kamp und Winfried Glatzeder. Hier Indianer, die einen Zug überfallen mit einer Explosion. Wirklich sehr, sehr schön gezeichnet. Dieses Programmheft ist das Programmheft mit der letzten Spielzeit von Golko Mitic. Golko Mitic hat dort das letzte Mal in Winnetou gespielt. Deswegen ist es auch ein etwas besonderes Programmheft. Und ja, dann schauen wir uns das Programmheft jetzt mal genauer an. Auf der ersten Seite haben wir hier wieder ein Grußwort von Bruno Haag, dem Bürgervorsteher und Hans-Joachim Hampel, dem Bürgermeister- und Aufsichtsrat-Vorsitzenden. Ihr könnt euch das Grußwort gerne wieder durchlesen, indem ihr einfach auf Pause drückt. Dann haben wir hier ein sehr, sehr actionreiches Bild von der Explosion an der Kirche in Heldorf Settlement. Wirklich sehr, sehr, sehr cool, diese Explosion, dieses Bild. Auch wenn da vielleicht nicht alles echt ist, aber es sieht schon sehr gut aus. Dann das Grußwort von Ute Tienl, der Geschäftsführerin der Kalkberg GmbH. Könnt ihr euch auch gerne durchlesen. Und dann haben wir hier unten noch ein spannendes Bild. So, der Fokus. So, dann haben wir hier auch noch mal Bilder von einem Kampf von Old Shatterhand mit den Hounds. Und hier auch ein, ja, Bild mit Indianern. Dann geht's hier einmal weiter mit der Handlung. Gerne auf Pause drücken, dann könnt ihr euch das durchlesen. Mit einigen Bildern. Die sehr, sehr schön aussehen. Dann kommen wir zu den Gaststars. Volker Brandt, bekanntes Gesicht mit Hollywood-Stimme. Winfried Glatzeder, ob Schurke oder Held, markant ist er immer. Hat er auch eigentlich ganz gut gespielt, muss ich sagen. Genauso wie Volker Brandt. Gojko Mietic, ein ganz besonderer Winnetou, nimmt Abschied. Und Alexandra Kamp, schon als Kind, hat Siegherr-Mai-Abenteuer geliebt. Auch sie hat ihre Rolle wirklich gut verkörpert. Dann hier noch ein sehr, sehr schönes Bild von Yoshi Peters. Dann haben wir hier das Kalmai-Team 2006. Gerne auf Pause drücken, dann könnt ihr euch das Ganze durchlesen. Dann die Schauspieler. Jochen Baumert als Sam Hawkins, Thomas Bestvater, 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 keine Ahnung, als Fred Morgan. Ben Bremer als Marc Jorox und Tokal-Chun. Gesa Dreckmann als Hiladi. Andersen Farah als Maram und Sheikato. Joachim Kretzer als Old Shatterhand. Yoshi Peters als Co-IC und Ingenieur Ratsch. Jörg Zick als Steven Moody, das Spürauge. Und Mike Sommer als Rodney Simmons. Und hier sind auch nochmal die Spieltermine und Eintrittspreise zur Saison 2006. Da gab es ja auch schon eine Stadt. Spielt Kalmai. Double Action, auch hier wieder Ronny Paul, der Chef der Stunt-Crew damals noch. Und hier ein wirklich super schönes Bild mit sehr vielen Beteiligten aus der Abendvorstellung diesmal. Hat man, glaube ich, eigentlich auch selten im Programmhefen, dass es Bilder aus der Abendvorstellung gibt. Wo Winnetou stirbt in den Armen von Old Shatterhand. Regie und Co. Regie Norbert Schulze Jr. Buch Michael Stamp. Und Produktions- und Spielleitung Stefan Thieken. Dann geht es weiter. Tiere am Kalkberg. Eine fliegende Göttin und ein vierbeiniger Detektivassistent. Genau. Der Adler und der Esel. Dann hier einen Bilderbogen mit sehr, sehr schönen Bildern. Gefallen mir alle ausgesprochen gut. Dann geht es weiter mit Souvenirs. Und auch dort gibt es die DVD Untergeiern als NDR-Aufzeichnung. Für 17 Euro gibt es hier leider heute auch nicht mehr. Das Indien-Village nostalgischer Charme von 1880. Western-Westernstadt mit Sheriff-Office, gemütliche Plätze am Lagerfeuer und viel Spaß beim Goldwaschen. Kalmai-Kalmai-Spiele und mehr, die Kalkberg-Hüllen. Noctalis, Welt der Fledermäuse und der Kalmai-City Express. Hinter den Kulissen, Christian Rode als Erzähler. Er hat damals als Erzähler von geht. Wie Ilchi und seine Kollegen für den besten fit gemacht werden. Und hier ist auch noch Sylvia Kassel seit 1996. Also auch sehr interessant zu wissen. Kümmert sich Reitstallchefin Sylvia Kassel um die Kalmai-Pferde. Hier auch wirklich nochmal super tolle Bilder. Sieht wirklich auch sehr, sehr spannend aus. Und das ganze Video könnt ihr euch ja auch auf YouTube anschauen. Das ganze Stück gibt es ja auch auf YouTube, wer es noch nicht gesehen hat. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Hinter den Kulissen ein Dampfrost made in Bad Sägeberg. Wie die Lok aufgebaut wurde. Ein Bilderbogen. Und auch hier das Magazin für Fans der Kalmai-Spiele. Kalmai-Treff-Magazin. Auch sehr, sehr schön. Und erstmals wurde dann auch gesagt, welches Stück im nächsten Jahr gespielt wird. Und zwar wird das Winnetou 1 sein. Und darüber wird übrigens auch die nächste Programmheftvorstellung morgen sein. Ich mache die nämlich alle immer so der Reihe nach. Am Sonntag endet das Ganze dann mit Winnetou 2. Nein, gar nicht. Mit Winnetou und Old Firehand. Mit dem Jahr 2008. Aber, wenn ihr das weiter wollt, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und ja, das war es dann auch schon mit dem Programmheft. Und dem dazugehörigen Aufkleber. Die Aufkleber finde ich irgendwie wunderschön gemacht. Ich weiß auch nicht. Ich finde die auch immer zu schade, um die aufzukleben. Deswegen verwar ich mir die momentan noch. Und, ja. Wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren. So verpasst ihr keine weiteren Videos mehr aus der Programmheftwoche. Und auch keine weiteren Videos mit Winnetou und Old Chatterhand auf dem Kanal, die in den kommenden Wochen noch folgen werden. Ich habe noch so einige Sachen geplant. Ja, gerne Daumen nach oben da lassen. Abonnieren. Und dann sehen wir uns morgen schon zum vorletzten Mal mit dem Programmheft von 2007. Mit Winnetou 1. Und wenn ihr das Ganze nochmal haben wollt, dass ich nochmal eine Programmheftwoche mache, gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann weiß ich Bescheid, denn ich habe noch ein paar Programmhefte auf Lager. Das würde dann weitergehen mit 2009 von der Schatz im Silbersee. Nur mal als kleiner Tipp oder als kleine Vorankündigung, falls ihr das denn sehen wollt. So. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. So long. So. 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 Vielen Dank.